Musik Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute wieder bei der Kostümssitzung von Kage und Köln. Drei Mofennetze, Köln! 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 Wenn der Präsident nach vorne kommt, kommt entweder das Dreigestirn oder eine besondere andere Anlass. Seit über 40 Jahren verleiht die KG Altköln die goldene Mütze Helmut Zilz. Du bist der Mann, der heute hier ausgezeichnet wird. Applaus Der KG Altköln Der Karneval soll Weltkulturerbe werden. Wir alle, die Kapelle, wir werden alle, das wird toll, ne? Die fahren auf Prostetournee. Wir sind im Nächsten auf einer Stufe mit Ägypten. Ja, das passt auch. Ich sei mal ehrlich, wir haben morgens alle noch mitzumatt gesiecht, was wir ja über den Tag verteilt hätten. Viele Ehepaare wären nie zusammengekommen, wenn sie sich morgens kennengelernt hätten. Das ist der erste Verein, wo die Männer Kinder kriegen. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist der erste Verein, wo die Männer Kinder kriegen. Wohann besitzt ich, da nicht dahin bin? Dahin bin, hee, 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 hee. Schön ist das Leben und es ist das Wort im Offen. Ich brauch kein Karateo und keine Hose, ich steh auf Cowboys in Lederhosen. Wenn so ein Cowboys hat die ganze Anzeige, dann sag ich, wie schön die Liebe ist. Das war die heutige Kostümsitzung der KG Out Gollum. Ich habe gesprochen hier in dem Haus und frage ich Sie, wo ist euer Applaus? Ihr solltig kommt, dass die die Zunge wieder auf, das war reassert als die Kostümsitzung der Kostümsschlägezu, die zu articultern환, die in Europa beinh kom kort, die Welt be Cristian und die Gründe in Um noon, das war ihrer Krieg Sinisiung der Kostüms remember und reinne. ensh insights zu eகளen Bis dahin. Das war's für heute. Dankeschön, auf Wiedersehen.